ein herzliches hallo von mir an euch es geht weiter mit phasmophobia und wir waren auch schon sehr lange nicht mehr in der schule oder deswegen gehen wir heute in die highschool und suchen nach dem bösen geist wir finden ihn auch irgendwann und was dann noch so alles passiert das könnt ihr euch selber angucken ich wünsche euch ganz viel spaß mit dem video habt noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal macht's gut gerade wenn man vom teufel spricht wenn man von der wüste spricht kommt es kamel oder wie war das so leute briefing wir haben george johnson er steht nur auf singles er inhaliert gerne räucherstäbchen spielt mit dem emf reader und latscht durch bewegungssensoren ja gut dass ich wieder das imf gerät dabei habe und das bestimmt überhaupt nicht verpackt ist teilen wir uns auf dann brauche ich jemanden mit dem thermometer susi ich habe immer thermometer dann gehen wir rechts rum oder auch 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 ich habe ich habe die auch Warum steht da ein Stuhl vor dem Sicherungskasten? Was? Wo klingelt das Telefon? Also von uns war es ganz 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 weit weg hier hinten, ich habe es ganz leise gehört. Also linke Seite. Ja. Okay. Was ist das hier? Aber das klingt so leise. Aber das kam hier von rechts, oder? Also ich... Ich stand gerade hier und das klang rechts von mir, aber rechts von mir war nur ein... Ein Telefon und das war ultra leise. Es kann sein, dass es oben ist. Tatsächlich. Das war doch jetzt ein Profi, ja. Ja. Ja, ich würde zurückgehen, oder? Und die Treppe hoch. Dann sind wir an sich auch auf der richtigen Seite direkt. Noch weit vorne, aber... Ich glaube, das ist quasi über dem Raum hier. Ja? Ich glaube, ich habe Orientierung... Oh. Ich habe gedacht, wo ist denn hin? Der war so weg. Ich war mir abgebogen. Habt ihr eigentlich auch das... Ich habe es. Ich habe es. Das ist oben. Ja, ich glaube, das ist da. Und die rechte Seite ist oben. Die war gerade eben ganz hinten rechts unten und da war es sehr lau. Deswegen... Also es ist da, wo ich gerade bin, irgendwo. Ja, ja, das ist das, was wir vermuten. Dort hinten irgendwo, ja. Das letzte Zimmer... Oder hier vorne... Das hier, oder? Nein, letztes Zimmer rechts. Dann klingelt es die ganze Zeit. Minus elf Grad. Oh, minus elf Grad. Cool. Im Raum oder hier davor? Hier. Ja. Im Raum aber auch. Also EMF hat bei mir wieder gar nichts gemacht. Schreib ins Buch. Einmal bitte alle raus, kurz. Kannst du bitte erscheinen? Ich brauche ein Foto für das Instagram. Da kannst du mich übrigens vollern, auch nur unter Ghosthatter, sich hinein. Einmal bitte kurz raus. Ich muss gucken, ob er über die Box redet. Oh, ich höre das EMF. Wie alt bist du? Erdewings ins Buch geschrieben. Also wir haben gefriert. Temperatur. Und wo? Das kann auch ein Demony oder Juhal sein. Wo seid ihr? Hier. Ach, hier seid ihr. Hallo. Ich habe nur schon den Hund rausgelassen. Ich habe den Hund rausgelassen. Was ist das für eine Ausrede in der Schule? Und was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt hier hinten? Wir haben uns versteckt, weil es der jagt. Wie hat deine Gruppenbesprechung? George Johnson. Also ich habe auf jeden Fall das EMF piepen hören, aber... Bist du hier? Ja, das EMF war auf drei oder vier. Hier müssen wir mal ein neues Zeug holen gehen, würde ich sagen. Ich habe auch nichts mehr. Wo ist... Ach hier, stimmt. Die Treppe ist ja dahin. Ist aber auch ein Arsch der Welt, der Typ, ey. Ich finde es übrigens interessant, dass wir hier... Hier ist Gefriertemperatur. Ich sehe deinen Atem. Ja, ich deinen auch. Ich sehe deinen Atem. Ist das die neue Art? Ich sehe deinen Popo. Ich tausche meine Gase aus. Ich meine, die hat man ja schon im Schritt. Nichts kann man hier machen, ohne beobachtet zu werden. Das ist eine Schweinerei, ja. Das ist für Cyberpunk, für die BDs. Ja, das muss... Das muss hautnah, müssen wir, und so. Heucherstäbchen, na? Ähm, ich nehme Bewegungssensor mit. Und Crucifix. Was brauchen wir sonst noch? Röcherstäbchen. Ja, Röcherstäbchen hat Dystopia. Gut. Okay. Wir können auch gerne zwei Kameras mitnehmen, ist bei größeren Räumen immer besser. Da ist nämlich andere noch. Ist UV schon oben, oder hat noch jemand UV zufällig? Wir hatten den Bewegungssensor. Den habe ich, Bewegungssensor. Schatz, ich schenke mir ein Foto. James Brownston High School. Ja, kann ich nicht, glaube auch. Hello. Is it me you're looking for? George, ich weiß, du willst mich. Ich mache schon die Kerzen an für die romantische, äh, das Vollzeug an für die romantische Stimmung. Wisst ihr, was nice ist? Dass er jagt. vielen Dank. Sie wird es die romantische, äh, das sowas? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich war ganz alleine. Ich war auch ganz alleine. Ah ja. Aber in Gedanken wart ihr beieinander. In Gedanken habe ich ihr Pfannkuchen gemacht. Oh. Oh, das ist aber lieblich. Sag ja, Moe ist lieblich. Damit ist Puppi an der Cafeteria rumgelaufen. Ach, nö. Das ist der Nackidei. Quasi gerade da. Der stand da gerade in der Ecke. Oh, achtung. Oh nein. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe nur dein Feuerzeug. Also auf jeden Fall ging ja das EMF wieder an, aber ich weiß nicht, ob was. Was kann es eigentlich überhaupt nur noch sein? Hat das jemand geguckt? Nee. Ich weiß gar nicht, was wir bis jetzt waren. Hat die mal ein Fotoapparat dabei? Nee. Wir haben Gefriertemperatur und Box, glaube ich. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Wir kommen gerade runter. Also wir gehen runter. Treppe ist auf Wellen. Ich glaube, ich bin unten. Ja, wir hören dich. Ah, ich habe die Treppe. Nein. Das ist jetzt nicht so spooky. Wenn so ein richtig abgedrehtes Lachen manchmal so kommen würde, da würde ich auch zusammenzucken. Okay, also optionale Dinge sind alle erledigt. Dämon und Juraj können es noch sein. Orb. Okay. Was noch? Wir haben Gefriertemperaturen, Buch und Orb. Ah, Orb. Nee, Box. Oder? Okay. Nee, Box war nicht. Achso. Das war das Buch. Das Orb ist wie eine Schneeflocke. Oh, und wir haben auch alle Aufgaben schon erledigt. Ja, easy. Und ich habe eine Sanity von... Ja, okay. Es ist halt Juraj, ne? Da sind wir alle mit der Sanity unten. Ja, ich habe die besten Sanity. Ich habe zwei. Und ihr habt nur null. Naja, die steigt ja im Licht ganz langsam wieder, glaube ich, oder? Ja, sie bleibt in dem Bereich. Cool. Dann, ähm... Ja. Dann... Nehmt das, ihr Dämon! Ah, ne, das. Du, zur Sicherheit. Ah. Na ja, jetzt bist du eingequetscht. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020